einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch ja Ticker zu einem neuen Video ihr wisst ja ich will gleich also ich will jetzt demnächst die Verkabelvideos machen den LAN Kabel mache ich als erstes aber ohne Video weil die muss ich quer durch die Bude ziehen und da habe ich noch mal Kabel direkt gefragt ob wir noch mal zusammenarbeiten wollen oder können und Kabel direkt war so nett und hat gesagt ich packe jetzt erstmal alles aus und dann erkläre ich euch auch warum und weshalb wie gesagt ich habe ja schon von Kabel direkt Kabel die habe ich ja schon im Video gezeigt die werde ich euch auch verlinken und hier haben wir dann halt noch zwei mal fünf Meter HDMI Kabel weil die Playstation ja jetzt nicht mehr hier mit dem Fernseher steht und ich einmal rum muss sondern daneben ich habe auch Kabelkanal gepackt und so also an die Wand geklebt werdet ihr alle dem verkabel Video sehen und einmal muss zum PC hin und einmal vom PC wieder zurück deswegen zwei mal fünf Meter so ich will euch nachher auch noch einen kleinen Einblick geben da kommen wir aber gleich noch dazu so dann zweimal ein Y Kabel ich werde mal das hier nur zeigen kurzzeitig so also ein Klinke Kabel auf zwei Klinke warum und warum zweimal das kann ich euch erklären das hat ja zwar habe ich nicht von Kabel direkt das habe ich mir selber gekauft habe ich mir ein drei Port USB die Desk Hub geholt mit SD und Micro SD und Audio in und Output das ist dieses Teil ja das soll neben dem Monitor in die Tischplatte kommt ein Loch und dann kommt es dann neben den Monitor in die Tischplatte und weil ich da zweimal Audio habe also Mikrofon und Kopfhörer beziehungsweise Kopfhörer Mikrofon ich aber trotzdem meine Kopfhörer und mein Mikrofon ja trotzdem so noch habe also für den PC wenn mal was ist also praktisch die Kopfhörer der Sound der da rauskommt aus dem PC den brauche ich ja trotzdem weil ich ja ein 2.1 System unten dran habe aber in der Aufnahme möchte ich dann halt dieses Ding benutzen wo ich es reinstecke und weil ich habe eine Logitech Z keine Ahnung was und da habe ich so ein Drehrad und da kann ich laut und leise machen die Lautsprecher und habe auch einen Klinker Anschluss aber dieser Klinker Anschluss wenn ich da Kopfhörer rein mache muss ich komplett volle Pulle aufdrehen und da habe ich dann weniger Störgeräusche weil wenn ich nur mittig oder halb oder so mache sobald ich nur Millimeter weit abweiche habe ich nur links oder nur rechts Ton das ist total scheiße aber wenn ich komplett volle Pulle mache ist zwar dann viel brauche ich auch wegen Lautstärke weil das ist irgendwie leise denn sonst und dann mache ich die Lautstärke am PC so wie man es gewöhnt ist ja und dafür brauche ich halt diese beiden dann einen neuen einen neuen sieht man das ja einen neuen DisplayPort Kabel das ist aus der Pro Serie ein DisplayPort Kabel aus der Pro Serie der Unterschied zwischen den normalen ich guck gerade DisplayPort Kabel 1,4 also 1,4 also mit Dings allem drum und dran 1,5 Meter Schwarz Black Top Serie steht auch so ja da nicht Pro Serie sondern Top Serie heißt das ähm und das ist deswegen steht es aber nicht schade das steht leider nicht drauf warum es Top ist aber ich weiß es ja ich kann es euch erklären das ist ein DisplayPort Kabel der unterstützt bis zu 8K hat eine sehr schnelle Übertragungsrate hat eine richtig dicke Abschirmung ich zeige euch das mal so dick ist der und ich zeige euch mal einen ganz normalen handelsüblichen HDMI Kabel äh den man so ganz normal also das ist keine Pro Ultra oder sonst irgendwas Serie das ist ein ganz normaler HDMI Kabel wie man den so kriegt wie den halt leider viele immer noch nehmen was ich immer nur abraten kann dazu so und jetzt zeige ich euch mal die Schirmung da also die dicke seht ihr das? und ihr müsst wirklich aufpassen da kommen wir bei den HDMI Kabel nochmal später dazu da gebe ich euch dann noch ein paar Anmerkungen ihr müsst wirklich aufpassen wenn ihr neue Geräte habt und alte Kabel zu Hause habt es ist nicht immer dass das alles funktioniert wenn ihr nämlich ein HDMI 1.2 oder so habt und eine PS4 Pro anschließen wollt dann habt ihr entweder Bild und kein Ton und ein Bild eher weniger aber so ein schlechteres Bild oder ihr habt Ton aber kein Bild oder ihr habt beides nicht oder ihr habt beides sehr schlecht also das gibt es verschiedene Möglichkeiten was ihr da haben könnt weil die gar nicht dafür ausgelegt sind deswegen immer auf eine auf die Schirmung achten auf Qualität achten ihr könnt gerne bei Amazon ich packe euch den Shop von Kabel direkt mal unten rein in die Videobeschreibung könnt gerne mal bei Amazon ein paar Kundenbewertungen lesen dann wisst ihr warum ich da so begeistert von bin so dann noch ein für meinen unteren Monitor ne oberen war das für den oberen Monitor weil da hat durch die Hänge wo wir ihn abgenommen haben hat der so einen kleinen Touch gekriegt der halt zu doll irgendwie ist was draufgefallen oder keine Ahnung auf jeden Fall ist die Plaste dann ein bisschen kaputt der hat aber nichts mit der Qualität vom Kabel zu tun das ist meine hat was mit meiner Qualität zu tun wie wir das hier weggeräumt haben in der Eile so dann einen 20 Meter LAN Kabel das ist ein 20 Meter Schwarz Black also Schwarz Schrägstrich Black Kabel Direkt Kabel Direkt Internet Strip CAT 6 RJ45 hat beide jeweils auf jeder Seite ist ein RJ45 Anschluss und was geil ist wie gesagt die Packung ist jetzt zu also die habe ich noch nicht aufgehabt ihr seht die ist komplett zu also wirklich zu und das habe ich nicht mit reingepackt das hat Kabel direkt gemacht das wenn ihr LAN Kabel holt ist das mit bei also bei dem langen weil dann könnt ihr das beschriften auf einer Seite rum machen und auf der anderen Seite falls ihr nämlich 3-4 LAN Kabel durch die Wohnung ziehen müsst dann habt ihr immer ach das ist der oder quer durch den Raum ziehen müsst und dann habt ihr in der Fritzbox halt bei mir ist der Fritzbox halt 3 LAN Kabel dran ja welcher ist welcher habt ihr einen Zettel dran Playstation Fernseher Fire TV so den werde ich aber wie gesagt ohne Video verlegen der kommt dann da hinten raus den werde ich dann schon anschließen weil den muss ich quer durch die Bude packen und ich habe die kleineren Brüder von dem habe ich ja schon hier an der Playstation am Fire TV an der Android Box am Receiver was nicht ich weiß nicht wo noch alle warte mal Playstation Blu-ray Player also 4K Player Fernseher Android Box Receiver ich möchte sagen das war's so dann haben wir noch einen 20 Meter 15 Meter 15 Meter 15 Meter 15 Meter Satt Kabel den ich auch nochmal quer durch die Bude packen muss also praktisch hier einmal komplett halb rum das ist praktisch der gleiche den kann ich euch mal zeigen der hängt nämlich hier noch weil ich hatte Angst dass er mir kaputt geht der ist nämlich noch den habe ich nämlich oben ich habe vor meinem Gardinenseil nämlich so noch zwei Haken und da habe ich den rüber gehangen damit der nicht kaputt geht weil ich noch nicht wusste ob ich jetzt oh Gott ob ich den jetzt nochmal benutze weil praktisch mit einer Verlängerung die man raufschrauben kann oder also so ein Zwischenstück oder einen neuen und so sieht der dann praktisch aus ja hier auch vorne sieht man das vielleicht ich werde mal so machen richtig cool verarbeitet alles vergoldet bombenfest der hat mich noch nicht in den Stich gelassen und der ist richtig fett geschirmt das ist ein richtig dicker Kabel wie gesagt ich kann ja einen normalen HDMI Kabel mal dazu packen unten ist der dicke und oben ist der HDMI das ist schon klasse also Qualität wie gesagt ich benutze die Direktkabel jetzt seit dem letzten Verkabelvideo ich muss auch noch die Switch jetzt noch verkabeln ach hör mal auf und auch die Steckdosen davon habe ich 4 Stück davon bräuchte ich auch noch für den PC Tisch noch eine die sind so geil du hast 6 Stecker zusätzlich hast du USB dran super verarbeitet was ist mit dir jetzt hast du einen Ein- und Ausschalter dran voll geil Verarbeitung erste Sahne so dann haben wir muss ich mal reingucken so das haben wir den und dann haben wir den genau ich nehme mal hier die Beden raus damit ich euch das zeigen kann so den packen wir kurzzeitig weg ich habe auch irgendwo ein Maßband gehabt mal da war mal Maßband da durch den Umbau durch den Umbau hier ist so viel weg und die sind hier auch schon mit diesen Kabel direkt Klettband zu die könnt ihr auch weiter benutzen muss ich sagen benutze ich auch ich habe auch so ein extra Teil noch komplett lang aufgerollt und habe damit alle dicht gemacht super die sind richtig geil und dann haben sie auch noch kleinere mit mit Kabel direkt Logo drauf voll geil so aber jetzt mache ich den mal auf damit ihr das mal sehen könnt weil viele sagen oh das sieht ja so klein aus so einigerollt so ich nehme jetzt einfach mal den längeren dass ich einfach mal euch zeigen kann wie lang das jetzt wirklich ist weil ihr so aufgerollt ich weiß nicht war das beim letzten Kabel direkt oder das beim Verkabel Video entweder beim Vorstellungsvideo oder beim Verkabel Video bei irgendeinem war ein Kommentar darunter was ich mit einem Meter Kabel will das waren aber ne Quatsch unter einem Meter Kabel will sieht das so kurz aus das war nur eingerollt ne aber trotzdem sieht so klein aus und das waren aber knapp zwei Meter glaube ich so ja so ich fange jetzt an zu messen praktisch hier unten damit ihr das mal sehen könnt wie viel man da wirklich eigentlich zur Verfügung hat auch wenn es halt klein aussieht das täuscht halt vielleicht über die Kamera und die anderen Sachen so das sind 293 cm wenn man die Zwischenstücke noch mit also die Endstücke mit dazu nimmt kommen wir auf drei Meter und davon habe ich halt zweimal so Mensch jetzt muss ich das erstmal wieder einrollen und warum gerade diesen den werde ich für die Playstation Pro nehmen ich weiß noch nicht ob er klappt deswegen der 5 Meter Kabel aber das ist halt für hier hinten weil ich die weiter weg stellen werde wahrscheinlich dass ich das alles ein bisschen aufteilen kann der ist halt für die PS5 könnt ihr den auch schon nutzen der ist nach dem Standard 2.2 2.1b 2.2b ich habe den Namen vergessen keine Ahnung habe ich im letzten Kabel Direkt Video schon angemerkt werde ich euch auch mal oben verlinken der ist 8k fähig und 120 fps oder Herz keine Ahnung selbst Unterschiede aber der ist halt für die PS5 sozusagen auch schon gewappnet so kann man sagen aber vergesst bitte nicht viele denken jetzt PS5 120 fps es funktioniert nicht mit 4k da gebe ich euch jetzt schon Brief und Siegel drauf nicht vom Kabel her damit wir uns nicht falsch verstehen rein von der Technik her glaube ich nicht dass weil nicht mal mit einer 2080 ti ist momentan flüssig 120 fps machbar nicht mal mit der teuersten Grafikkarte überhaupt die Titan ist keine Spiele Grafikkarte davon deswegen zähle ich die jetzt nicht auf falls ihr euch da wundert so und dann haben wir halt hier noch einen kleineren der ist 1,5 oder so steht eigentlich drauf aber viele sagen immer ich weiß gar nicht wer das geschrieben hatte ob die auch richtig so lang sind wie drauf steht weil der hat sich ich weiß nicht ich möchte jetzt nicht irgendeine andere Firma nennen dann nenne ich vielleicht noch die falsche der hat sich irgendwie bei Amazon jedenfalls hat er sich ein Premium Kabel bestellt also ein höherwertiges mit auch HDMI mit aber nicht Kabel direkt von einer anderen Firma mit vergoldet und 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 also außenrum Stoff und so hat dafür ordentlich Geld bezahlt ähm hat aber nicht mal die Länge gehabt wenn man jetzt zum Beispiel 1,5 Meter bestellt und da 2,3 cm weniger ist verschnitt alles kein Problem supi aber er hatte glaube ich 2 Meter und hatte aber nur wenn überhaupt 1,5 ja und das ist nicht dass ihr denkt die haben ihm den Pfeilchen geschickt oder so es gab keine kürzeren es gibt halt nur diese in der Länge und er hat dann nochmal bestellt hat dann gesagt retour hat es dreimal durchgemacht und immer kam die gleiche Länge an plus minus ein paar Zentimeter das längste was er hatte war dann auf 1,40 glaube ich oder so ich bin mir jetzt nicht mehr sicher das ist schon eine Weile her wo wir geschrieben hatten und da hat er dann auch gesagt Scheiß war drauf und hat sich dann auch Kabel direkt bestellt das war kurz nachdem ich das Video gemacht habe bei Facebook haben wir da geschrieben so und hier halt dann nochmal ein langen Kabel ihr habt doch dann immer so ein Service Ding noch mit bei von Kabel direkt da steht auch hinten die E-Mail Adresse und die Telefonnummer drauf kann ich euch auch mal zeigen wenn ihr da Probleme habt oder so oder irgendwas gerade nicht funktioniert es kann immer mal sein dass man ein Montagskabel hat der dann halt nicht funktioniert da sind wir alle nicht vorgefeilt würde ich mal so sagen aber ich muss sagen es ist ja nicht der erste Schwung von Kabel direkt mit den ganzen Kabeln egal ob die schwarz-blau-schwarz oder die blau-schwarzen schwarz-blauen mit dem einfachen egal welche die haben alle super funktioniert achso und noch nicht wundern wenn ihr wenn ihr die werden nicht als hdmi 2.2 oder 2.1b oder 2.4 ich weiß es gar nicht hab's nicht im Kopf steht das nirgendwo weil seit Anfang 2019 Januar 2019 war es glaube ich gibt es ein Gesetz das dass man nicht mehr dazu schreiben soll hdmi 1.4 1.5 2.1 2.0 2.1a 2.1b und was das da alles gibt das hat die hdmi gesellschaft oder ich weiß es gar nicht mehr wer ich hab's gelesen das ist jetzt ein knappes Jahr her wo ich das gelesen habe das verunsichert wohl die Käufer wenn man das immer dazu schreibt wenn immer wieder neue Kabel kommen da gibt es auch eine Liste welcher Kabel was kann da habe ich auch ein Video drüber gemacht da habe ich euch die Liste gezeigt zum Beispiel Steuerung über hdmi also hdmi Geräte die man mit hdmi angeschlossen hat dass man die dann halt steuern kann zum Beispiel mein samsung tv eine ps4 pro kann ich dann halt die ps4 pro mit meiner samsung verbindung steuern oder fire tv cube die soundbar an oder den fernseh an und so was alles nennt sich hdmi cec ähm bei samsung steht es in der unter 1 Stern aber drunter unter Antennia Plus und wenn man da raufklickt kommt man dann auf hdmi cec Geräte wenn man zwei Geräte hat die das unterstützen fernseh und ps4 pro oder nehmen wir nochmal normale ps4 oder selbst die ps3 nehmen wir mal ein ältere Gerät nehmen wir mal die ps3 selbst die ps3 unterstützt es nicht die fat lady da ist es in der software noch nicht machbar ab der slim also slim und super slim in der fat lady nein da gibt es diese steuerung über hdmi gibt es da nicht ähm wenn ihr sagen wir mal ihr habt jetzt ein samsung und ihr habt eine ps3 slim und habt ein nicht so gutes hdmi kabel dran oder ein älteres hdmi kabel vor 1.4 nennen wir mal 1.2 oder 1.3 habt ihr ein bild habt ihr ton alles kein problem aber ihr könnt äh steuerung über hdmi nicht nutzen weil der kabel es nicht kann weil das kam erst im kabel also im hdmi 1.4 mit dazu äh steuerung über hdmi hieß das glaube ich da gibt es eine liste ich suche die liste nochmal raus dann packe ich euch die auch in die Videobeschreibung da könnt ihr wirklich die ganzen Modellreihen sehen und welcher was wie unterstützt und da steht halt auch dieser neue mit drin der äh damals wo ich ich weiß gar nicht ob er jetzt schon eine Lizenz dafür ob es dafür schon eine Lizenz gibt weil die die hdmi forum hdmi webseite oder gesellschaft für hdmi oder ich weiß nicht was das ist die für hdmi standards halt zuständig sind die hdmi.de oder .com sind haben die die webseite ähm die haben halt diesen standard 2.2 2.1 b ich weiß es gar nicht mehr genau ähm rausgebracht und haben gesagt was der kabel können muss zum beispiel 8k 120 hertz aber es gibt halt auch also ja man kann den dann hinschicken also kabel direkt schickt den dann hin und dann kann man den begutachten lassen die testen es alle und wenn es dann äh alles funktioniert bekommt dann eine Lizenz sich so und so zu nennen also das ist wirklich ein hdmi 2.1 oder 2.1 b oder a oder was weiß ich kabel ist damals gab es das noch nicht da gab es nur eine liste was der neue kabel können muss aber es gab noch nicht diese zertifizierung die haben es noch nicht getestet konnte man konnte noch keine kabel einschicken ich weiß nicht ob sie wie weit das jetzt vorangeschritten ist mit dem neuen gesetz das man nicht mehr hinschreiben darf welche generation vom hdmi das ist das da bin ich raus da habe ich mich echt überhaupt nicht mehr schlau gemacht muss ich auch so sagen so wie gesagt ich bin damit mega zufrieden alle laufen erste sahne bis jetzt also ich habe in der ganzen zeit jetzt nichts negatives mitbekommen außer wie sie mir am anfang gesagt haben dass 10 meter hdmi ps4 pro 4k signal problematisch sein kann ähm da hat mich kabel direkt gleich darauf hingewiesen und ja ich weiß dass es problematisch sein kann mir blieb aber nichts anderes übrig und es hat kurzzeitig auch funktioniert dann nicht mehr aber dann habe ich von einer anderen firma hatte ich auch ein video gemacht hatte ich einen hdmi verteiler also hdmi ein ein hdmi auf zwei gleichzeitig und da konnte man dann einstellen dass das hdmi signal kopiert wird also praktisch 4k hdr gehen rein und zweimal 4k hdr geht raus das heißt ihr habt ein 4k fernseher und ein hd fernseher der hd fernseher hat kein bild weil das gleiche signal raus geht copy mixet dann geht 4k hdr rein 4k geht raus und 1080p geht raus aber 4k ohne hdr weil das ist noch nicht machbar dass man das hdr dann irgendwie trennt so habe ich das gelesen so aber ich denke mal das sollte jetzt soweit auch gewesen sein wenn ihr dann natürlich wieder fragen zu habt zu den ganzen kabeln einfach in die kommentare posten wir können auch demnächst noch mal ein live stream auf twitch vielleicht dazu machen zu hdmi kabeln wo ich euch vielleicht ein bisschen beraten kann und erklären kann weil da kommen ja immer öfters mal ein paar fragen wo ich jetzt im vorfeld nicht dran gedacht habe dass man das vielleicht ansprechen könnte da können wir gerne mal drüber reden da könnt ihr eure fragen stellen und ich werde versuchen euch bestmöglich zu antworten und zu helfen so nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg ich wünsche euch was bis zum nächsten mal Ahoi das ist euer Odin